Aber wir schaffen das auf jeden Fall auch rechtzeitig. Danach schauen wir mal was in Nürnberg so gibt, was wir fahren könnten. Schlafen gehen wir dann auch irgendwann. Der ist mir reingefahren, aber der ist mir reingefahren, Schupolin gehabt. Wieder ist dieser Baustelle schuld, dass alles nicht nach Plan verläuft. So, und wir sind wieder richtig gut unterwegs. Das heißt wir kommen in 1 Uhr an. Wir haben einen Fall, oder? Wir haben einen Fall, oder? 1.000 m weg süd abfahren Oh... Ich darf dann halt den Weg. So, da... So, da... So, rein da zu... So, da vorne auf der linken Seite. So, da vorne auf der linken Seite. So, da vorne auf der anderen Seite. So, da vorne auf der linken Seite. So, da sind wir gegen das Mikroschlag. So, da vorne auf der anderen Seite. So, da vorne auf der anderen Seite. So, da vorne auf der anderen Seite. So. 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 nach Mailand, er bringt wieviel mehr Cash? Jesus So, Donnerstag 12.11 Uhr ist voraussichtliche Ankunftszeit, die stimmt auf jeden Fall nicht, weil wir ja noch auf jeden Fall, weil wir auf jeden Fall noch schlafen müssen. So Kurzer Streckenabschnitt, Check Wenn ich weiß, rück durch, 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 bei Verona vorbei und dann noch eine Meile. Nimm ich in Kauf, bin ich okay. 159 Kilometer Jetzt auch schon wollten, aber da schauen wir dann vielleicht, ob wir schlafen gehen. Ah Gott. Das ist ja gut. Tee-do-do-do das heißt wir fahren mal durch ein ganzes land durch wenn ich österreich tue mir nur passieren ganz schön so Nürnberg verlassen wir rauf auf die Autobahn also Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Eine schöne Zeit, das zu fangen